Legen Sie los, Gator. Mondportal. Aye, Sir. Setze Kurs. Meldung, wenn bereit, Captain. Commander Reyes. Captain Alders Dienstbüro gehört nun Ihnen. Seine Dinge sind aber noch immer am Platz. Danke, Boats. Für den unburgsamen Captain John Alder. Der Captain ist tot. Lang lebe der Captain. Panic. Ja. Du schaffst das. Du bist unser bester Mann. So viel Lob von dir in Horror? Hast du dir verdient. Nimm dir einen Moment. Hast du dir verdient, ja. Boah, geil. Muss nicht ducken. Ich habe zwei Schriften. Beyond the Pale. Na, die reparieren das hier erst mal. Einen Rorden. Geil, geil, geil. Oh, was kann man noch machen? Wie, mehr Ziele? Okay. Wir sollen wahrscheinlich einen Laptop... Wir können erst mal alles. Ein bisschen kunden. Das ist die Landebahn. Da tun wir das Springen. Ja, alles gut. Ich muss mich erst mal im Slowen gucken. Okay, kommen wir nicht raus. Ich schlage vor, dass wir jetzt aufbrechen. Wir haben unsere Gefähle. Ja. Locket. Dann geht es anscheinend da weiter. Dann gehen wir... Okay, dann springen wir halt. Bereit. Sir, Ihr Schlüssel hat nun Aktivierungsfreigaben für den Schnellreisesprung. Okay. Bereit für Sprung. Ich habe Tigris-Captain Farron für den Commander. Durchstellen. Kirsten, die Tigris springt außerhalb des Einsatzgebietes ein. Ist die Render, halten wir die Position, bis ihre Marines bereit sind. Guten Flug. Ende. Aufgehen, Befehl. Absprung. Visionsalarm bereit. Sprung in drei... ...zwei... ...ein... ...ein... ...CPU-Feuer im Rücken-Sektor drei. Status. Positionsgenauigkeit bei 0,97. Höhenintegrität unter normal. Schaffen wir es, Gater? Ich bringe uns rein. Halten Sie den Kurs. Kommen raus. Eintritt in drei, zwei, eins. Das Feuer löschen. Ja, man. Verstanden, Lieutenant. Commander, Sie sind durch Brüderstoffe zu behalten. Wenn die Wände, wenn wir nicht so weit sind. Die Tigris steht bereit. Gehen wir. Sie haben die Brücke, Gater. Eishirm. Ich geleite Sie zur Waffenkammer. Sind wir wieder beim Zertunen? Alter, die ballern davon, ne? Ohmars Gruppe ist auf dem Tiefdeck. Wieso übernimmt Sergeant Omar das Kommando? Es ist ein gemeinsamer Einsatz. Er ist der erfahrenste Marine an Bord. Er war respektlos. Lass dich nicht provozieren. Griff erwartet Sie beide in der Waffenkammer, Captain. Waffenkammer. Die Diagnose zeigt alle zwei Sekunden Fehler. Ich arbeite da. Brauchst du mich da oben? Griff? Lieutenant. Hab so gut, ich kann hier aufgeräumt, wo wir Besuch vom Captain bekommen. Alles wie immer, Griff. Apropos wie immer. Wählen wir Ihre Ausrüstung, Sir. Hm. Ist das ne Volkwrap? Energiewaffe. Ich hab den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. Dann werden Sie eine Energiewaffe brauchen. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. Ich hab auch ein paar Aufsätze da. Wollen Sie was Bestimmtes? Und jetzt fehlt nur noch die Ausrüstung. Ich hab gute alte Splittergranaten. Aber auch coole neue Sachen. Suchbots und Hacktools. Okay. Müssen wir anscheinend alles freischalten. Ich wäre aber lieber für die Sniper. Und dann nimm mal die noch mit. Scout. Gehen wir hier mal den drauf. Und die Schwerkraftgranate. Jetzt geht's anscheinend. Erst mach ich das los. 15. Pfadfinder. Achso. Was ich auf dem Schiff hab. Ach cool. Kann ich doch auch anderes Schiff? Ja. Mir bloß auch noch Zeichen. Geil. Okay. Rumpfverpassung. Waffenverpassung. Mehr Schaden. Mehr Raketen. Weniger Überhützung. Mehr Gesundheit. Und weniger Kollisionsschaden. Mehr kann man hier glaube ich eh nicht machen. Hier kann man noch ein anderes versieren. Weniger Präzision. Weniger Weichweite. Schaden. Radar. Nichtsichtbar. Verringer. Feuerfeuer. Gehen. Faktor. Okay. Okay. Präzision. Rückstoß. Machen wir lieber das drauf Durchstoß ist erstmal zweitens Okay, Mission bestätigen Das sollte schon geeignet sein Nie aufgehen, Captain Auf keinen Fall Machen Sie das, Sir Wir sind hinter Ihnen Zeigen wir es Ihnen Vereinen wir uns, Reyes Will keinen Stress mit den Marines Wir müssen Ihnen entgegenwirken, Reyes Nichts hiervon entspricht dem Standard-Projekt In der Unterzahl, aber nicht unterlegen Wann wurden wir zu den Underdogs? Vor einer Stunde Achtung, Boden einhalten zum Tiefdeck Das ist ein Wiederhole, Boden einhalten zum Tiefdeck Alles klar Was? Commander So wollten wir nicht befördert werden Nein, Sir Sie sind der Richtige dafür, Reyes Möge Alder in Frieden ruhen Wie läuft es im Hangar? Planmäßig Top Crew am Tag Ethan, ich will, dass du uns begleitest Verstanden, Sir Corporal Brooks wird Sie einführen Reyes, Lieutenant Sie werden Schubrüstungen benötigen Danke für die Warnung, Corporal Bleib cool, Sword Wie Eis, Captain Hier ist der First Lieutenant Alle für Tiefdeck-Operation bereit machen Cool Okay Machen wir das auch Was machen diese Dinger, Ma'am? Sie verstärken Sprünge und Wandläufe Schwerelosigkeit, ade Weißt du das etwa nicht, Dichtern? Doch, Captain Die Stimme des Lieutenants ist nur so Beruhigend Alle an Bord, Sir Lieutenant Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Käpt'ns Und das heißt Bord, nicht Drohne Aber beinahe witzig, Sir Lass das, Sir Ich verdiene mein Geld Achten Sie auf Ihren Bord Bevor ich ihm fliegen beibringe Ich weiß, was die anrichten Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant Ethan Rein Wir haben keinen Platz mehr, Captain Kein Problem, Private Er kann ruhig stehen Rein mit dir, Ethan Festhalten Ja, Ma'am Einsteigen Arschloch Mach hin, Robertan Auf die Harts achten Bereit sein oder tot sein Staff Sergeant Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams Alphas und Bravos Eins und Zwei Unser primäres Ziel Rückeroberung des Portals Hurra! Hurra! Hören Sie mich Bereit? Bestätigt Stehen unter Beschussung Wir müssen handeln Das Tiefdeck öffnet Ach noch, es geht los Alles klar, Gäferleiten los Alles klar, wir hier! Wir sind auf dem Mond Wir sind tatsächlich auf dem Mond Wir müssen uns erinnern Kontakt! Rechte Seite! Ich habe ihn! Hieß sie an! Bam Halt vermacht auf die Harts Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein Treib die Front zurück in den Arsch, aus dem sie kam Haben wir jetzt auf die Physik? Boah, geil! Uuuuuh! Unser Zugangspunkt Gehen wir rein! Bäh Ach nee! Das ist ja Apollo 1 Hier ist alles blockiert Kein Durchkommen Versuchen wir Ebene 2 Geht nichts dazu, schade Das hätte ich gern mal los jetzt Das ist glaub' die Mirr 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 Gibt nichts dazu Okay Äh, muss das haben wir hin? Wunderbar. nicht Sie schießen auf Zivilisten. Erdgeschoss. Wir rücken durch das Feminal-Frohr und der Hochmann dann den Trachthafen zurück. 12 Uhr! Ich kann nicht Feuer abschießen! Nein! Ich brauche Deckung! 12 Uhr! Hör keine Kranate! 1 Uhr! Nicht nachlassen! Auf der Hufnusslinke! 30 Meter! Ich bin leergeschossen! Körger! Verstand! Hör los! Vorrück! Verstand! 1 Uhr! Kaiser hat sie verloren! Ach sie! Weg vom Fenster! Rolex schließen sich! Jetzt müssen wir still! Gebt mir Deckung! Warte! Feinde! Direkt vor uns! 12 Uhr! Granate raus! Granate! Kontakt! Der Kino! Feindkontakt! 2 Uhr! Ja, ich sehe es! Feuer! Feuer! Granate gewonnen! Bestätigt! Sonnata! Unterschuldung! Feuer! Entsorgen! Weint Feuer geben! Bestätigt! 1 Uhr! 1 Uhr! Bestätigt! 1 Uhr! Fast wiederfacht! 1 Uhr! Fast wiederfacht! immer weiter fangen wir zu nach 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 Geht ab, hier bin ich nicht! 2 Uhr! 1 Uhr! Okay. Das war's für heute. und alle eingriffe bringen schließen sich ausräuchern Auf die Rückseite! Der ist am Boden. Captain Reyes, die Jägerschilde sind grandios. Spezifikationen, Nathan? Schutz vor Hochgeschwindigkeitsgeschossen samt Sichtmodus. Cool. Diese Panzerung. Marines reichen. Wir brauchen gute Männer, keine Maschinen, Captain. Holen wir unsere Jungs da raus. Scars, vorgehen. Wir müssen durch die Tür. Ich helfe. Warte alle zehn. Küstenwacht ist in der Nähe. Alpha an Küstenwacht 1. Wir sind auf dem Weg zu ihnen. Kommt nach vorne. Schilder. Wir liegen hier halten. Kontralisieren uns vorrücken. Amtstation. Keine Linie. Auf die Linie. Aber halt. Mist. Danke. Unsere Leute sind direkt dahinter. Terminal im Nacken sicher. Bringt die Verwundeten in Sicherheit. Salitäter! Alles wird gut. Nein! Nein! Hier drüben! Feinde kommen! Auf geht's! Beeilung! 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 Reiner mehr! 10 Meter! Schatter! We must go! Shhh! Reiner, bei der Seite! Reiner! Die Maske des Käpt'ens ist Kurs 3! Er braucht Luft! Deine Möglichkeit! Du verliebst Sauersault! Reiner, Reiner! Direkt vor Laus! Reiner! Reiner! Reiner, verheil dich! Die Luke da aufmachen! Der wird hier aufgericht! Maske des Käpt'ens ist Kurs 3! Er braucht Luft! Gegendruck ist zu stark! Petraeus! Wir brauchen Sie! Sanchez-Kreis! Oh mein Gott! Das war klar. Sind alle unverserbt? Alles bestens, Ethan. Und du? Volle Kraft, Sir! Die Erde steckt in Schwierigkeiten, wenn wir den Frachthafen nicht zurückerobern. Können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten, Sir? Negativ! Sie brauchen Luftunterstützung! Eins nach dem anderen! Zuerst braucht der Käpt'n eine Waffe! Wo gibt es hier Ausrüstung? Waffe kann man gleich davon! Mir nach! Gib mir doch eine von dir! Raboteam! Alpha ist auf der Nordseite des Hangars! Wie lautet Ihr Status? Wir kommen in Ihre Richtung! Treffen auf Ihren Befehl! Stätig! Ende! Das ist unser Arsenal! Nehmen Sie, was Sie brauchen! Danke, Bachmann! Schotflinten und LMGs! Wie bestellt! Hm? Captain! Diese Schockgranaten sind sehr effektiv gegen Bots! Halten Sie die bitte von mir fern, Sir! Hier ist auch ein Verbesserungsterminal! Schotflinte und LMG! Wir brauchen beides Rays! Durch zwei Mal das Gleiche! Hm, schön! Wenn versorgt, brechen wir auf! Aufmachen, Soldat! Das ist ein Angriff auf die Basis! Gehen wir da raus und sichern wir Sie! Alpha ist unser Weg, bravo! Haltet gut! Versorgung entdeckt, okay! Wir sind hier oben auf Verbündete gestoßen! Ich sehe, bravo! Bruce, Kashima, wie ist der Status? Wir sind dahinter! Kommen zur Verstärkung! Versorgung! Wacht auf dem unseren Weg! Schockgranaten einwenden! Versorgung! Ausfall! Charltonaeliskauer zu crisis! Anárias Carlton! Was sind das aufmürs pra Eso?! Welche genauer направления大 richest! Wir sind da großartig! Wir haben Kerupen! Wir haben dort viel miedo! Mit welcher Level zu kriegen! Weg nach! Was sind das so ein Wurf? die Kann man die Kanade schon nachführen? Ich sehe Jackals mit unserem Namen. Aufmachen, Soldat. Roger, Lieutenant. Freigabe zur Startvorbereitung? Hab ich, Ma'am. Na, dann machen Sie uns bereit. Was haben Sie vor? Wir kappern ein SDF-Kampfschiff und schalten es aus. Die Bodenphase ist vorbei, Sergeant. Scars gehen in die Luft. Zeit, sich die Flügel zu verdienen. Sie haben Rückgrat, Captain. Leute, durchhalten. Wir holen euch da raus. Letzen wir diesen auf zu den Gangen. Okay. Wie laufen meine Befehle, Captain? Du kommst mit uns, Ethan. Ja, Sir. Omar, Sie gehen mit Sorter. Ethan, du kommst mit mir. Das ist keine Übung, Captain. Kein Wort. Einen Marine. Mein Team steht, Sergeant. Danke für Ihr Verzauern, Sir. Dann heben wir mal ab. Können wir auch den nehmen? Können wir auch den nehmen? Nö. Wir befinden ihn vor. Engelang von St. Kißen. Wahrscheinlich? Wir befinden ihn von der Sorte.